Musik Wir waren perplex, wir waren sprachlos und wir haben uns glaube ich erstmal einfach nur gefreut für uns und ja, sind total geblättet. Musik Also ich denke, dass wir unheimlich viel schaffen können, unser Team sich erweitern kann und wir ganz viele Dinge gemeinsam bewerkstelligen können, die wir uns erträumt haben in den letzten Wochen, Monaten. Darauf freue ich mich einfach. Musik Ich freue mich insbesondere auf das Coaching, weil ich weiß, dass das sehr kostbar ist für unsere Weiterentwicklung, für die Strategie, für die Zukunft. Vor allen Dingen, wir haben einen ganzheitlichen Ansatz, da gibt es viele Stellen, wo man genau reingucken kann und das finde ich total toll, dass wir da hier so ein Coaching bekommen, wo mal jemand von außen reinguckt und mit Erfahrung und das rund mit uns macht, gemeinsam. Musik Musik Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Also hier wird gar nicht lange gewartet. Jeden Monat werden wir jetzt einen Termin haben und an unserer Vision weiter feilen, gemeinsam mit dem Coaching-Team. Musik Musik Musik